... wurde nämlich Heribert Rech, der Innenminister von Baden-Württemberg, ist uns heute Morgen zugeschaltet. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. So, jetzt sind ein paar Stunden vergangen seit der Eskalation. Wie, haben Sie inzwischen eine andere Meinung dazu? Wie denken Sie darüber? Es wird nachher um 11 Uhr eine Pressekonferenz stattfinden, im Rahmen derer unserer Polizeipräsident, der Herr Stumpf, exakt den polizeilichen Einsatz und den Ablauf des Geschehens darlegen wird, unter Umständen auch dokumentieren wird, wie diese Schülerdemonstration begonnen hat, wie sie instrumentalisiert wurde, wie dort Widerstandshandlungen sofort gegen die Polizei gefahren wurden, wie Polizeifahrzeuge angegriffen wurden, besetzt wurden, wie Reifen zerstochen wurden. Und dann muss man sehen, in welcher Weise die Polizei darauf reagiert hat. Das muss man sehr genau abwägen. Ich habe um 12 Uhr morgens, gestern Morgen noch, an die Demonstranten appelliert, ihre Demonstrationen friedlich wie bisher überwiegend auch zu fahren. Das ist leider nicht beachtet worden. Die Landeskirchen haben appelliert, zu einem friedlichen Protest zurückzukehren. Das alles hat leider nicht gefruchtet. Also das heißt, nach Ihren bisherigen Recherchen gehen Sie immer noch davon aus, dass das alles maßvoll war. Sie haben gestern im ZDF Heute-Journal gesagt, wenn sich Mütter mit den Kindern der Polizei in den Weg stellen, dann müssen sie eben auch mit körperlicher Gewalt weggebracht werden. Mütter mit Kindern. Finden Sie nicht, dass das ein bisschen übertrieben ist, mit Kanonen auf Spatzen geschossen? Also wenn Mütter mit Kindern weggetragen werden von der Polizei, dann ist das eine Maßnahme, mit der die Mütter rechnen, wenn sie sich auf den Weg setzen, der freigemacht werden soll, damit die Polizeifahrzeuge durchkommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mütter von einer solchen einfachen Maßnahme der Polizei sonderlich überrascht sind. Sie haben gestern aber selbst auch von körperlicher Gewalt gesprochen. Und jetzt steht im Polizeigesetz von Baden-Württemberg, dass die angewandten Mittel nach Art dem Maß des Verhaltens und dem Alter und Zustand der Betroffenen angemessen sein muss. Ist es dem Alter von Schülern angemessen, mit Schlagstöcken, mit Reizgas und Wasserwerfern vorzugehen? Also das kommt auf die Situation an. Es kommt darauf an, wie sich die Schüler verhalten. Und wenn die Schüler auf Polizeifahrzeuge klettern, Polizeifahrzeuge besetzen sozusagen, Reifen zerstechen, dann muss die Polizei in angemessener Weise darauf reagieren. Und nach allem, was ich bislang weiß, hat die Polizei nicht mit einem gezielten Wasserwerfereinsatz, also mit einem geballten Strahl reagiert, sondern sozusagen mal mit einem Sprühregen reagiert. Bei den Sprühregen sind aber doch sehr viele Menschen verletzt worden. Also wie gesagt, mindestens 116, möglicherweise mehr als 300. Wir haben die Menschen blutend sehen. Also ein paar Regentropfen führen nicht zu solchen Verletzungen, oder doch? Jetzt bringen Sie da was durcheinander. Wir reden über die Schülerdemonstration, die im Übrigen ungenehmigt zu dieser Zeit an diesem Ort stattgefunden hat. Die Schüler wurden instrumentalisiert, aufgefordert durch Aktivisten der Parkschützer, in den Schlossgarten zu gehen. Die Demonstration war in der Lautenschlägerstraße genehmigt. Also das ist schon mal ein Unterschied. Und das, was Sie an Verletzungen ansprechen, das ist wohl am späten Nachmittag passiert. Und da berichten mir die Polizeibeamten, nicht nur aus Baden-Württemberg, sondern auch anderer Länder, dass sie entsetzt gewesen seien über die Aggressivität, die ihnen da entgegengeschlagen hat. Im Übrigen haben wir Antikonflikt-Teams eingesetzt, also geschulte Polizeibeamte, die mit den Demonstranten ins Gespräch kommen. Das hat sich beim NATO-Gipfel bewährt. Und es war gestern völlig fehlgeschlagen, weil die Demonstranten nicht bereit waren, mit der Polizei zu reden. Es ist nur tatsächlich verblüffend, dass die Polizei, 100 Schaften der Polizei, 600 Schaften der Polizei aus ganz Deutschland nicht in der Lage sind, mit anderen Mitteln, und wir reden ja über bürgerliche Demonstranten, jeden Alters bis hin zu Senioren, dass sie nicht auf andere Art und Weise mit denen fertig werden, als mit Wasserwerfern. Es ist in der Tat bestürzend, dass man zur Sicherung eines Baugeländes, das wenige Bäume umfasst, 20 bis 25, in der Tat 600 Polizeibeamte einsetzen muss. Das ist in der Tat bestürzend bei einer Baumaßnahme, die rauf und runter diskutiert ist, durch alle Parlamente rauf und runter beschlossen ist, durch sämtliche Gerichtsinstanzen gegangen ist, mit großen demokratisch legitimierten Mehrheiten beschlossen worden ist, die im Juli angekündigt wurde, es war ja gestern keine überraschende Maßnahme, angekündigt, dass man dennoch mit 600 Polizeibeamten eine relativ kleine Fläche schützen muss. Herr Reich, hat die CDU in Baden-Württemberg gestern mit diesen Bildern und mit der Eskalation der Gewalt die Wahlen im März verloren? Wissen Sie, gestern haben Sie die eine Seite gesehen an Bildern. Und es wird ja auch sehr geschickt inszeniert für die Medien, was da abläuft, bei diesen Demonstrationen gegen das Bauprojekt. Ausgeblendet ist völlig die Tatsache, dass es auch viele, viele Bürger gibt, Demonstrationen, Tausender von Bürgern, die für dieses Projekt einstehen, weil sie wissen, dass die Zukunft dieses Landes davon abhängt. Und deswegen ist mir um die Wahlen im März nicht bange. Es geht um die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Herr Robert Reich, war das der Innenminister von Baden-Württemberg, der als Innenminister eben für den Polizeieinsatz gestern verantwortlich war. Ihnen herzlichen Dank für dieses Gespräch heute Morgen. Vielen Dank.